metal und herzlich willkommen zum neuen dünnchen abg heute mal solo unterwegs auf der neuen map wie man sehen kann ja ich würde sagen wir gehen vielleicht mal paradise hoch ich denke dass da jetzt nicht so viele hingehen werden wenn die route ziemlich weit sag jetzt mal wegläuft vielleicht können wir ein bisschen was reißen und heute noch mal eine kleine testaufnahme wegen mikrofonen dass das mal ein bisschen besser wird vielleicht die qualität ich habe jetzt noch mal ein wenig rum gespielt und ich hoffe dass jetzt ein wenig besser als ich vorher ich denke es werden wieder ein haufen ins boot camp gehen und darum gehe ich jetzt mal hier hinter ins gute paradise resort so zwei mal gleich sehen ob welche mitgehen die einen sehe ich jetzt mal aber das muss ja nichts heißen so da haben wir schon mal was schönes helm m4 dann schauen wir mal da ist auf jeden fall ich habe den kratzen mit der akm ich dachte mir doch da war wer hey ich glaube ich mir die stadt kann mal ein bisschen muni das brauche ich gerade nicht eine mini nehme ich mal mit und griff mal mitnehmen holo wieder mal dreifach der damen griff der ist besser glaube ich zumindest hoffe ich dann nehme ich jetzt mal noch oh oh das war voll geleckt mal muni noch mitnehmen ach fuck ich habe noch gar keinen Rucksack aha lol also irgendwer muss es lohnt sich gar nicht zu halten aber booster so habe ich leider noch keinen aber einer muss auf jeden fall noch da sein irgendwo bloß ich habe keine ahnung wo der ist ich höre auf jeden fall auch keine steps glaube ich nehme mal kurz das schmerzmittel wenn man da umgriff muni ein bisschen heilung ist nicht verkehrt ich habe keine ahnung wo der sein könnte ich habe keine ahnung wo der sein könnte ich habe auch gerade schon ein bisschen auf steps aber gerade höre ich nix äh wo weiter da oben ich habe ein step habe ich gehört und dann ah fuck alter jo der ist auf jeden fall runtergefallen aber habe mich gehört oder alter der war da oben das war ja wunderbar wirklich sehr schön geile runde auf jeden fall oh man ey na ich würde sagen ein schnelles Röntgen geht auf jeden fall noch man also ausstattungstechnisch war ich auf jeden fall besser wie der aber ich bin halt einfach auch der größe so gehen wir hin wie auch noch mal paradise würde ich sagen vielleicht diesmal ein bisschen erfolgreicher werde ich nicht mehr auf jeden fall holen müssen eigentlich wow ich habe es drauf so als wenn die runde endlich mal starten wird ich habe noch nicht mal einen countdown jetzt okay dann warte mal jetzt noch eine minute hammer so ich gehe mich jetzt ertränken jetzt versuchen wir jetzt mir einfach unter wasser zu gammeln bis das scheiß flugzeug kommt ich hoffe ich werde elend verrecken oder auch nicht wäre aber lustig wenn wir hier sterben könnte eigentlich im lordebildschirm quasi aber leider geht es nicht schade nee da kommt einer neun so jetzt fliegen wir auf jeden fall ein neues stückchen und dann hoffentlich gibt es ein bisschen geile action also für mich geile action halt für die gegner so ich deck bootcamp geben wieder einige normalerweise hier hinten gehen auch einige hin schauen wir mal wieviel noch paradise gehen hier sind auf jeden fall schon gut welche raus gesprungen und dann sind jetzt gleich wir dran zack ich sehe schon kommen dass wir jetzt gleich wieder weg geballert werden noch zwei sekunden sehe ich schon kommen auf jeden fall hier sind auf jeden fall wieder einige und geiler regen jawohl hammer perfekte landung auf jeden fall ach komm ey ich bin zu behindert ne lande ich einfach aus außerhalb der fucking zone toll der absolute wahnsinn ich bin bald nochmal röntchen und dann gehen wir nochmal paradise das kann dann nicht sein so wie sind die route ja per das ein stückchen zum fliegen also schauen wir mal so 17 sekunden und dann geht es los ich versuche diesmal besser zu landen ey das ist einfach ich weiß nicht irgendwie läuft es einfach bei mir in meinem pubg so los geht's ach ja gut camp könnt ihr natürlich auch mal wieder gehen aber wenn die route so ist werden auch 100.000 hingehen schätze ich jetzt einfach mal hier drum schauen mal ob irgendwie leichter ein wenig besser ist paradise so müssen wir jetzt auf jeden fall gleich raus und jetzt so auf jeden fall ein stückchen müssen wir auch noch fliegen so ein stückchen nur noch links vielleicht so ist ganz gut ich hoffe ich kriege diesmal eine waffe bei da sind so behindert land wie das letzte mal oder halt gerade die runde alter so zu viert oder was so wie es ausschaut hier in der ecke bin ich aber gerade mal alleine glaube ich oder auch nicht ich habe da glaube ich gehört rechts von mir irgendwo mitnehmen kennt zwei helmen sehr schön md vierfach ist auch ganz nice alter so ein penner wie einfach wie ich muss einfach defensiver spielen aber ganz ehrlich da habe ich einfach keinen bock drauf echt man kann man wieder bei jeder ecke ist einfach so nervig ja sitze da oben und und macht einfach nichts ganz ehrlich ganz ehrlich mit rucksack keine weste kein helm mit seiner scheiß waffe echt ich schimmelte einfach da schon klar toll aber das ist doch echt behindert also wer spielt noch so das ist ich verstehe das einfach nicht naja aber auf jeden fall eine geile testaufnahme spielerisch wirklich aller bonheur naja ich würde sagen aber der naja ich würde sagen aus auf 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 Untertitelung des ZDF, 2020